Es ist ein Spagat, auf der einen Seite das geheim zu halten, was geheim zu halten ist. Und auf der anderen Seite das darzulegen, worauf die Gesellschaft einen Anspruch hat, nämlich was tun wir eigentlich jeden Tag und wozu zahlt der Steuerzahler über eine halbe Milliarde Euro. Die Dimension ist natürlich etwas, was ein Auslandsnachrichtendienst eigentlich wissen und kennen sollte. Wenn nicht, haben sie ihren Job so gar nicht gemacht. Aus spähen unter Freunden, das geht volle Kanne, und zwar auch von Seiten des Bundesnachrichtendienstes. Das hat sicherlich nicht allen gefallen, dass ich die Interessen des Bundesnachrichtendienstes klar und deutlich vertreten habe. Am Ende ist die Frage, ob wir diesen Leuten, die da im Verborgenen arbeiten, wirklich alle Daten auf diesem Planeten in die Hand drücken wollen.